Vor zwei Jahren war noch große Gaskrise. Jetzt ist der Gaspreis aber wieder um 90 Prozent gefallen, obwohl die globale Gasnachfrage sehr wahrscheinlich stark steigen wird die nächsten Jahre und obwohl die Ukraine jetzt auch kein Gas mehr durchleiten will für uns aus Russland. Ist Gas jetzt vielleicht schon wieder viel zu billig und ist es vielleicht auch eine Chance für uns als Anleger? Herzlich Willkommen! Die liebsten Videos sind mir ja immer die, wenn ich sagen kann, liebe Zuschauer, ich bin neulich über was wirklich Interessantes gestolpert und am Freitag, da war es wieder soweit. Es war nur leider nichts Interessantes, sondern es war die Schwelle von meiner eigenen Balkontür. Bänder ist dumm gelaufen und das, wo ich doch nach dem Video letzte Woche über die Aktien von den Anbietern, von den Abnehmenspritzen, da wollte ich doch auch wieder mehr Sport machen eigentlich. Jetzt läuft es wahrscheinlich wieder auf eine andere Art von Sport raus. Man soll die Zuschauer ja teilnehmen lassen hier an seinem eigenen Leben. Aber worauf ich raus will, es gibt natürlich heute trotzdem für Sie pünktlich ein neues Video. Und wenn Sie jetzt zerfließen in Tränen der Rührung und sich fragen, wie kann man so viel Einsatz belohnen, zum Kanalabo geht es hier unten. Über eine Meldung sind Sie vielleicht letzte Woche auch gestolpert. Ein großer Erfolg der deutschen Klimapolitik, die deutschen CO2-Emissionen, die sind letztes Jahr um 10,1% zurückgegangen. Da kann man eigentlich nur sagen, Glückwunsch, Gratulation, 10% weniger in einem Jahr, das ist schon eine ganze Menge. Und Robert Habeck hat dann ja auch gleich gesagt bei der Präsentation, dass Deutschland damit das erste Mal überhaupt auf Kurs ist bei den Klimazielen. Man hat das erreicht, weil der Anteil der erneuerbaren alternativen Energien weiter gestiegen ist. Wunderbar, tolle Sache. Aber das war leider nicht der einzige Grund. Es war außerdem eben kein kaltes Winterwetter und dadurch ist der Energieverbrauch natürlich gesunken. Dann hat Deutschland viel mehr Strom importiert als vorher und Strom aus dem Ausland, der wird ja bei uns nicht zu den Emissionen dazugerechnet, was schon ziemlich fragwürdig ist, gelindig gesagt mal. Und die deutsche Stromproduktion ist letztes Jahr um 12% auch gesunken. So erreicht man natürlich schnell mal Klimaziele. Und die deutsche Wirtschaft, die ist ja natürlich auch in einer Krise momentan. Die Industrieproduktion ist letztes Jahr wieder geschrumpft und die Bürger haben auch sparen müssen. Ein guter Teil von diesen Einsparungen war also wahrscheinlich unfreiwillig. Und sogar Greenpeace hat dann auch gesagt, man darf eine kriselnde Wirtschaft nicht verwechseln mit Klimaschutz. Das kann es natürlich nicht sein, dass man einen Einbruch bei der Stromproduktion und eine schwache Wirtschaft feiert als Klimaschutzerfolg. Und ich habe hier ja schon einige Videos auch gemacht zur deutschen Klimapolitik und zu den ganzen Problemen, die ich da sehe. Und die meisten Probleme, für die wir im Moment keine Lösung haben, für die haben wir dafür jetzt ja die Vision der Wasserstoffwirtschaft in Zukunft. Zum Beispiel das Dunkelflauten-Problem. Da baut man jetzt neue Gaskraftwerke in Deutschland mit 10.000 Megawatt Leistung. Der Bundesrechnungshof, der hat zwar neulich gesagt, das ist noch viel zu wenig, um dem Problem damit wirklich beizukommen. Und diese Kraftwerke, die sollen jetzt ja auch erstmal mit Gas betrieben werden. Aber in Zukunft natürlich klimafreundlich mit Wasserstoff. Oder man hat ja auch gemerkt, man kann jetzt den Leuten nicht allen die Wärmepumpen reindrücken, weil die dagegen ja Stürm gelaufen sind. Und darum dürfen wir jetzt doch wieder Gasheizungen auch einbauen. Und in den Neubauten, da müssen die jetzt aber H2 ready sein. Das heißt, man muss sie in Zukunft auch gleich mit Wasserstoff betreiben können. Nicht, dass wir den ganzen Wasserstoff schon hätten oder dass das Gasnetz darauf überhaupt ausgelegt wäre. Und das Ganze wird wahrscheinlich dann auch schweineteuer. Und eigentlich hat man ja auch mal gesagt vor wenigen Jahren noch, grüner Wasserstoff ist doch zum Verheizen viel zu schade. Aber trotzdem, man hat sich jetzt festgebissen an dieser Wasserstoffstrategie. Nur, wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist es ja eigentlich erstmal eine Erdgasstrategie. Seit der Gaskrise vor zwei Jahren, da sind die Gaspreise massiv wieder gefallen. Und vor knapp einem Jahr habe ich hier eben auch ein Video gemacht. Das war im Mai und habe gesagt, dieser Preisabsturz, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder übertrieben. Aber was soll ich sagen? Ich habe mich damals geirrt. Das ist der europäische Gas Spotpreis, TTF Gas auf ein Jahr. Der Chart ist von Trading Economics. Die Monate nach dem Video, da ist er zwar dann wirklich gestiegen, in der Spitze sogar um über 50%. Aber ab Oktober ist er dann eben doch wieder eingebrochen. Und er ist jetzt noch niedriger als damals. Und so schaut der Fünfjahres-Chart aus. Der Preis ist jetzt auch nur noch ein Drittel so hoch wie vor dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ja, bei mir ist es aber noch nicht angekommen bei meiner Gaspreisrechnung, dann müssen Sie sich bei Ihrem Versorger bedanken und auch bei der CO2-Steuer und der Mehrwertsteuer. Aber an sich ist Gas jetzt wieder sehr günstig. Und das Gleiche haben wir in den USA. Da ist Erdgas sowieso immer viel billiger. Henry Hub Gas, das ist jetzt 82% unter seinem Hoch von 2022. Und damit gleichzeitig so niedrig wie am niedrigsten Punkt in der Covid-Pandemie. Und vor einem Jahr habe ich noch gesagt, so gut ist der Weltmarkt jetzt nicht versorgt mit Flüssiggas. Und dass die Nachfrage ja auf mittlere Sicht steigt. Aber was ich nicht auf dem Schirm gehabt habe und viele andere auch nicht, das war nochmal ein sehr milder Winter, den wir gehabt haben, auch in Nordamerika. Und die amerikanische Fracking-Industrie. Da sagt man zwar schon lang, noch mehr Produktion geht doch bei denen eigentlich nicht mehr. Aber sie schaffen es trotzdem immer wieder. Die Grafik hier ist von Wolf Street, die US-Gasförderung, sie wächst immer weiter. Und obwohl auch die amerikanischen Exporte von Gas stark gestiegen sind, vor allem von Flüssiggas eben, die hohe Produktion hat trotzdem gereicht für das alles. Die Speicher sind voll in den USA, die Preise sind unten und die ganze Welt ist spitzenmäßig mit Gas versorgt. Und die nächsten Jahre kommen dann ja noch mehr Export-Terminals in den USA. Und gleichzeitig will zum Beispiel auch Katar die Produktion stark hochfahren. Sodass viele Analysten jetzt wirklich sagen, die nächsten Jahre wird der Weltmarkt mit Flüssiggas sogar überversorgt sein. Komplett das Gegenteil von dem, was sie vor einem Jahr noch gesagt haben. Obwohl ja aus Russland zum Beispiel Unmengen vom Gas nicht mehr auf den Markt kommen. Das ist wirklich so. Das Gas, das die weniger nach Europa liefern, das können die jetzt eben nicht einfach so schnell mal nach China liefern. Sie haben Produktion in Westrussland und haben dafür ein Pipeline-Netz nach Europa eben auch. Und sie haben auch eine relativ neue Produktion in Ostrussland und eine Pipeline nach China. Und das China-Geschäft, das wollen sie auch ausbauen. Aber sie können jetzt eben nicht einfach schnell mal Pipelines vom Westen in den Osten verlegen, weil das sind riesige Strecken. Und darum bleibt in Russland da jetzt viel Erdgas auch im Boden. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich auch nicht so, dass Russland an uns gar nichts mehr liefern würde. 16% von den europäischen Gasimporten kommen immer noch aus Russland. Und zum Beispiel Österreich, Ungarn oder die Slowakei, die haben sogar noch fast alles Gas aus Russland. Und beim Flüssiggas, da kommt auch immer mehr aus Russland, interessanterweise. Wir wollen ja unbedingt wegkommen vom russischen Pipeline-Gas, aber zum Glück gibt es eben Russland, das uns da hilft, wo es nur kann, mit seinem Flüssiggas. Und das ist aber noch nicht mal das Absurdeste an dem Ganzen. Die Ukraine und Russland, die sind ja im Krieg, bekanntermaßen. Aber trotzdem leitet der halbstaatliche russische Gaskonzern Gazprom immer noch Gas durch die Ukraine in den Westen und zahlt dafür der Ukraine auch noch Durchleitungsgebühren. Und die Ukraine leitet dieses Gas aber auch noch durch, obwohl sie weiß, dass sie damit ja den Krieg gegen sich mitfinanziert. Vertrag ist Vertrag. Aber dieser Vertrag läuft dieses Jahr aus. Und die Ukraine hat auch schon gesagt, das möchte sie eigentlich nicht mehr so weitermachen. Und da muss jetzt natürlich auch die EU sagen, nein, nein, das wollen wir natürlich auch nicht weitermachen. Und knirscht dann mit den Zähnen. Und damit fallen aber nächstes Jahr nochmal ungefähr 30% von den russischen Gaslieferungen weg. Wir haben natürlich inzwischen die Gas-Terminals und auch die Gas-Lieferverträge entsprechend. Wir können auch dieses Gas sehr wahrscheinlich ersetzen. Dafür muss man die Ampel jetzt auch mal loben. Das darf man hier noch nicht so oft machen. Die Hälfte der Zuschauer ist jetzt wahrscheinlich eh schon weg. Aber dieses Gas, das wir da zusätzlich noch ersetzen müssen, das wird natürlich auch zusätzlich nochmal am Weltmarkt nachgefragt. Und gleichzeitig haben wir aber vor allem in Asien sowieso dauerhaft einen starken Anstieg der Gas-Nachfrage. Das hier ist zum Beispiel eine Prognose von Rysted Energy aus der Financial Times. Asien setzt voll auf Flüssiggas schon seit Jahren. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sich die Wirtschaft in China eben auch wieder erholt und dass da dann die Nachfrage sogar noch stärker steigt als erwartet. Und China will jetzt auch seine Stahlproduktion umstellen von Kohle auf Erdgas. Angeblich produziert ja nur der chinesische Stahlsektor mehr CO2 als Deutschland und Großbritannien insgesamt zusammen. Wobei China jetzt natürlich auch nicht nur für sich selber Stahl produziert, sondern ja für die halbe Welt. Aber auch daran sieht man, es ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll und bringt dem Klima jetzt nicht unbedingt was, wenn man hier sowas wie die Stahlindustrie verdrängt und vertreibt mit hohen Klimaschutzauflagen. Jedenfalls, das treibt natürlich die Gas-Nachfrage dann auch noch dauerhaft hoch. Und darum glaubt man zum Beispiel bei Shell, dass die globale Flüssiggas-Nachfrage bis 2040 noch mal um 50% steigen wird. Und bei Woodside Energy, das ist ein Öl- und Gaskonzern aus Australien, da glaubt man sogar, dass sie jetzt innerhalb von einem Jahrzehnt noch mal um 53% steigt. Und da sollte man doch meinen, dass die Gaspreise irgendwann sich auch mal wieder erholen. Hier nochmal der US-Gaspreis, diesmal auf 25 Jahre. Man sieht, er ist jetzt wieder auf dem Tiefst von 2002, von 2016, von 2020. Und aus charttechnischer Sicht nur mal, da ist der Fall völlig klar, es ist ein Niveau, auf dem wir eine langfristige Unterstützung haben und von der der Preis immer wieder dann nach oben wieder abgeprallt ist. Und fundamental kann man das Ganze vielleicht so interpretieren, dass das eben ein Preis ist, wo vielleicht doch so eine Art Schmerzgrenze mal erreicht ist für die Produzenten und wo sich das Angebot dann vielleicht eben doch irgendwann mal wieder verknappt. Wir haben das auch schon im Ansatz. Chesapeake zum Beispiel, ein sehr großer Produzent in den USA und auch Equity, die haben beide inzwischen Kürzungen angekündigt, alles noch nicht so dramatisch, aber man sieht doch, der Industrie geht es mit dem Preis jetzt natürlich nicht besonders gut. Und die werden jetzt einfach auch langsam wieder vorsichtig. Auch von der Seite kommt jetzt also langsam mal eine Reaktion und wie es immer so ist, die wird umso stärker ausfallen, je länger der Gaspreis da noch unten ist. Das heißt jetzt nicht, dass Gasinvestitionen eine todsichere Sache sind. Wir haben ja die Überproduktion im Moment. Aber wie gesagt, die amerikanischen Exporte, die werden stark steigen jetzt noch die nächsten Jahre und ich gehe eben auch davon aus, dass die Nachfrage insgesamt nach Erdgas stark steigen will. Sodass wir, wenn wir das jetzt antizyklisch sehen und auch ein bisschen längerfristiger sehen, da sind wir da jetzt wahrscheinlich als Anleger schon an einem ganz interessanten Punkt. Wie investiert man da? Man kann natürlich direkt in den Gaspreis investieren. Es gibt da die tollsten ETCs und Mini-Long- und Mini-Short-Instrumente und Hebelzertifikate. Damit sollte man sich natürlich auch ein bisschen auskennen dann. Und der normale Langfrist-Investor, der wird das wahrscheinlich eher mit Aktien machen. Chesapeake eben zum Beispiel. Inzwischen ein sehr großer US-Gasproduzent und immer noch profitabel bei den Preisen jetzt. Die Aktie hat natürlich korrigiert die letzten ein, zwei Jahre. Shell, ein Klassiker. Breit aufgestellt als Ölkonzern, aber eben auch der weltweit größte Flüssiggasanbieter. Das ist eine Aktie, die kann fast nichts erschüttern. Und immer noch auch interessant Equinor aus Norwegen. Die hat es natürlich auch ein bisschen erwischt, aber sie sind immer noch interessant. Es ist unsere neue Gasprom. Equinor spielt eine ganz entscheidende Rolle für Europa, solange Europa eben noch Gas braucht. Und das kann noch ziemlich lang so sein, meiner Meinung nach. Erdgas ist eben auch klimafreundlich, halbwegs zumindest. Es ist natürlich eine fossile Energie, ist völlig klar, aber von der Zusammensetzung her ist eben ein großer Teil Wasserstoff, der zu Wasser verbrennt und es hat nur wenig Kohlenstoff, das dann zu CO2 verbrennt. Und es ist natürlich nicht die optimale Lösung, aber wenn man eben Kohle und auch Öl ersetzt durch Erdgas verstärkt, in der Industrie, in der Stromproduktion oder auch in der Stahlproduktion, so wie es eben auch China machen will, dann ist es trotzdem eine große Chance und man kann damit noch viel CO2 einsparen. Und viele sagen, das kann doch wirklich nur eine Lösung sein für eine ganz, ganz kurze Übergangszeit. Aber die kann eben doch länger dauern, als man denkt. Und dass dann vielleicht irgendwann mal wirklich so eine Art Wasserstoffwirtschaft kommt, das würde ich inzwischen noch nicht mal ausschließen, das ist nicht mal abwegig. Aber bei den Kosten und bei den Größenordnungen, um die es da geht, da kommt die eben nicht von heute auf morgen, würde ich sagen. Und bis dahin steigt aber sehr wahrscheinlich stark die Bedeutung von Erdgas. Das ist der Weg, der sich abzeichnet, siehe Heizungen, siehe Kraftwerke, siehe Stahlproduktion. Und die, die pragmatisch sind, die sehen das eigentlich auch so. Zum Beispiel Ditte Juhl Jörgensen von der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission. Die hat schon vor Monaten gesagt, in einem Interview mit der Financial Times, Europa wird noch jahrzehntelang amerikanisches Flüssiggas brauchen. Und es wird auch noch jahrzehntelang Erdgas brauchen. Und der Rest der Welt ja sowieso. Weil wenn wir Erdgas jetzt auch noch leichtfertig abschreiben hier, dann können wir langsam den Laden hier auch gleich dicht machen, würde ich sagen. Und wie wir alle wissen, der beste Klimaschutz ist immer noch der Lockdown. Und Klaus Weselski natürlich. Wenn man ein Land wirklich lahmlegen will, dann braucht man auch mal solche Leute, die das dann auch wirklich durchziehen am Ende. Und übrigens wegen der Bahn und wegen der Lufthansa, darum haben wir ja auch die Wohnungsnot hier in Deutschland. Ich habe mir jetzt zum Beispiel noch eine Wohnung in Berlin gekauft, weil wenn ich da jemals mal wieder hin muss, dann weiß ich ja nicht, ob ich jemals wieder irgendwie zurückkomme von da. Aber auch das Problem werden wir lösen hier im Land, genauso wie auch den Klimawandel. Wir machen das alles einfach auf unsere Art mit Wachstumsrückgang und mit Nachfragezerstörung. Und da sind wir ja inzwischen auch ganz gut darin. Wie gesagt, ich freue mich über ein Kanalabo von Ihnen. Ich würde mich freuen, wenn wir diese ganzen spannenden Themen in Zukunft gemeinsam hier verfolgen. Und sonst kann ich auch erst mal nur sagen, alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.